Thomas Christel ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und jetziger Trainer. Laufbahn Christel absolvierte in seiner aktiven Zeit als Fußballspieler für den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Saarbrücken insgesamt 71 Bundesligaspiele, in denen er elf Tore erzielen konnte. 1994 musste er seine Karriere aufgrund einer Verletzung beenden. Drei Jahre später begann Christel als Trainer für den Kreisligisten FC Schneidach zu arbeiten, den er bis in die Landesliga führte. Zum 3. Januar 2006 nahm er die Arbeit als Assistenztrainer beim Bundesligisten Hannover 96 auf. Als der Verein den Vertrag mit Peter Neueruer kündigte, wurde auch der Vertrag mit Christel aufgelöst. Im April 2007 begann Christel für den abstiegsbedrohten FC Amberg zu arbeiten. Nach Saisonende verließ er den FC Amberg, kehrte jedoch im April 2008 zu ihm zurück. Zur Saison 2008-09 wurde er Trainer seines Heimatvereins SSV Jan Regensburg, der sich am 24. November 2008 wegen sportlicher Erfolglosigkeit von ihm trennte. Am 11. Juli 2009 wurde Christel Neuer Co-Trainer beim österreichischen Bundesligisten S.G. Sturm Graz. Am 25. Mai 2011 wurde er als Co-Trainer mit dem österreichischen Bundesligisten S.G. Sturm Graz Meister. Am 14. April 2012 saß Christel erstmals als Interimstrainer anstelle des wenige Tage zuvor beurlaubten Chefcoaches Franco Foda auf der Bank. Zur Saison 2012-13 wurde Christel Co-Trainer von Franco Foda beim 1. FC Kaiserslautern und am 29. August 2013 zusammen mit Foda freigestellt. Belege Hannover 96 Presse Service Thomas Christel verstärkt Trainerteam Pressemitteilung vom 23. Dezember 2005. kleinezeitung.at Jubiläumsspiel